Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Aschner, gerade im Landeanflug wieder auf dem Planeten zurück. Ah, ich habe jetzt direkt wieder die Aufnahme getackert, weil ich das noch mit drin haben wollte. Ja, we are dead. Guck mal, wir haben eine zweite Kapsel. Ach, die haut... Tschüss Kapsel. Die hat mich direkt abgesetzt. Ah, hat es uns gerissen. So, wir holen jetzt mal unseren Staff wieder. Die böse, böse Pflanze. So, zurück. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, nicht mit dem Commander. Direkter Tod. Forschung. So, Gefahr haben wir schon ausgemerzt. Ach, guck mal, da hat jemand sein Zeug verloren. Wie ist da... Was ist denn da passiert? So, eine Runde Gemisch für neue Verwendungen. Noch ein wenig Energy. Wieso kann ich das nicht... Wieso... Oh! Das pappen wir hier oben wieder dran. So. Hä? Ist das im Brunnen fest, oder...? Ah, das... Das hat sich da rein... ...gebackt, oder wat? Whatever. So. So, ist gar nichts passiert, ne? Ist gar nichts passiert. Ist ja nicht so, als wären wir gestorben, oder so. Das passiert ja, Minas nicht. So. War das alles? Oh, es geht aber tief runter. War das alles? Kann ich ja gar nicht... Nee, siehst du? Habe ich jetzt etwa den... ... diesen Verbinder hier drauf gebaut, wo noch Stuff im Boden ist? Noch Laterit? Okay. So, wie tief geht's denn hier runter? Ich glaub, tiefer, als ich's abschätze. Hm. Oh, mein Turbo! Äh... Mein Tur... Was ist denn das hier unten? Es lebt und da liegt irgendwas. Hm. Komm ich denn... Weißt du was? Wir machen hier einen Abstieg. Wir machen hier einen Abstieg nach unten. Nehmen wir mal ganz kurz das Ding hier wieder. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Warte mal, wenn ich jetzt hier mit Steuerung arbeite... Können wir einen Abstieg machen. Ähm... Aber dann geht's wieder hoch, wenn wir müssen hier wieder ansetzen. So. Da haben wir noch ein bisschen Harz. Da ist... Oh, Sauerstoff. Warte mal. Bin gleich wieder da. Das sollte man natürlich auch noch machen, ne? Ein bisschen Sauerstoff kann nicht schaden. Okay. Äh... Ah... Oh Gott. Äh, nein. Oh, nein! Weg. So, jetzt. Zack. So. So. So, die Dinger entschärfen wir jetzt auf jeden Fall von weiterer Entfernung. Blödes Ding. Kann ich diese Samen? Kann ich die aufnehmen? Was kann ich mit den Dingern machen? Kann ich die Dinger züchten? Aber was sollte mir das bringen? Das ist echt merkwürdig. Hm. Oh, Sauerstoff. Ammonium? What the fuck is Ammonium? Stell dir mal vor, das Zeug schlüpft jetzt auf meinem Rücken. Sieht auf jeden Fall anders aus. Mensch, da sind ja so viele Sachen dazu gekommen, die ich überhaupt nicht kenne. Oh, müssen wir mal die Stütze hier wieder aufstellen. Können wir die vielleicht hier irgendwie dran heften? Ja, das ist gut. Da ist noch was. Was immer Ammonium ist, ne? Das ist Treibstoff. Ah, okay. Äh, ich bin voll. Verdammt. Nein, was hab ich denn hier oben? Was ist denn das? Energie. Blöd. Ich sag, ich geh jetzt mal zurück. Und bringe erstmal das Zeug in Sicherheit und nehme das eine Forschungsteil mit, diese Sorangen. Und dann bringen wir das alles mal dahin. Wir bräuchten auch mal ein Lager, das wär irgendwie super. Komm mit. Menschenschwer zu tragen, der kleine Astronaut. Bin ich sehr gespannt, was sich in der Pyramide befindet. Oh, jetzt. Forschung. Da ist zum Glück Tag. Da haben wir nämlich ein bisschen Energie zur Verfügung. So. Doch, Forschung. Sieht cooler aus als Ding, oder? Sieht irgendwie nach Geheimnissen aus. Cool. Und forschen. So. Daumen drücken. Und eine Winde. Das ist für die Fahrzeuge. Das gab's damals schon. Hm. Hm. So. Können wir den... Kann die Schmelze das Zeug verarbeiten? Wir probieren es erstmal. Wo brauchen wir denn diese Dinger? Ich meine, die töten. Das ist nicht gut. Okay. Also es ist nicht zum Einschmelzen. Es ist Treibstoff. Wir brauchen aber irgendwie mal ein Lager oder sowas. Verbindung. Wo packe ich den Stuff denn? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein... Harz. Haben wir noch Harz? Harz. Knöbel. Harz. Da ist noch ein Harz. Das ist... So. Dann können wir das hier drauf absetzen. Oder weißt du was? Ich setze diese beiden... Diese beiden Samen. Erzamen gesagt. Setzen wir einfach da drauf. Okay. Energie. Das lohnt sich doch nicht, die Maschine anzuwerfen wegen... Ach komm her. Scheiß drauf. Egal. Energie behalten wir. Das Gemisch wegen weiteren Sachen. Und das kleine... Können wir das nicht hier draufsetzen? Ja. Wird genau. Wird aufgefüllt. Okay. Haben wir ja auch noch eins drauf. Das wird wahrscheinlich nicht verbraucht. Komm. Setzen wir hier drauf. Ja gut. Dann holen wir nochmal was zum Forschen. Wir müssen unbedingt erforschen. Ich brauche ein Lager und solche Dinge. Das ist irgendwie doof. Ich brauche Dinge, dass wir Dinger machen können. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Höhle. Irgendwie blöd. Aber ich finde es gut, dass man nicht so schnell alles erforscht hat. Weil das war ja damals auch... Ich kann mich an das Let's Payne erinnern. Ab einem gewissen Punkt konntest du unheimlich viel Forschungsknubbel einsammeln. Also diese... Was man auch in den Pflanzen damals gefunden hat. Man hat aber im Endeffekt nichts rausbekommen. Also es war relativ sinnlos. Oh, hier war noch einer, meine ich. Genau. Den bringen wir jetzt zurück. Wäre natürlich irgendwie ganz gut, wenn wir uns vielleicht ein Fahrzeug bauen würden. Dann brauchen wir wieder einen Lagerplatz. Sonst hast du in dem Fahrzeug auch ganz schnell alles voll. Aber es hilft halt nichts. Wir müssen Dinge erforschen. In der Base runterbuddeln zur Höhle. Könnte man probieren, ja. Kann man auf jeden Fall machen. Aber es ist eine ganz schöne Entfernung. Also ich weiß nicht. Der linke Arm geht ja nach da. Er könnte sogar schon Richtung Base gehen. Ja, nee. So weit ist es gar nicht. Man könnte sich auch einen unterirdischen Gang bauen. Das wäre auch ein ganz guter Schutz bei Sturm. Komm, lauf. So, Daumen drücken. Daumen drücken. Bitte, komm, 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 komm. Oh, eine mittelgroße Batterie ist aber gar nicht doof. Eine mittelgroße Batterie ist echt gut, weil sie dann Energie vorhält. Lithium brauchen wir. Fuck. Das war, glaube ich, was Besonderes, was man gefunden hat. Ich bin mir gerade unsicher. Hm. Gut, es ist schon mal nicht schlecht. Es ist besser als den anderen Graben, den ich bis jetzt gefunden habe. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch ein, so eine Forschungsperle da. So, ab nach unten. Das heißt ja, dass bei diesen Dinger, nein, bei diesen Explosivgeschossen. Oh, da ist auch noch was in der Decke. Müsste auch noch Stuff drin sein. Äh, Stuff, ich sage mal Stuff. Das fällt mir jetzt auch auf. Das hat mal jemand bemängelt, dass ich mir Stuff sage. Ich soll nochmal deutsche Wörter verwenden. Dann richtig Deutsch. Gleich gut. Stuff is blood. Okay, wir sind unten. Gut, den Treibstoff brauchen wir nicht wirklich. Ist denn hier drunter noch was? Gott, ich mag... Okay. Wir entschärfen mal die Dinger. Okay. So, gibt es hier irgendwas zum Erforschen? Nein. Ein deutsches Wort für Early Access kommt gerade die Frage. Verfrühter Zugang. Oh, warte mal. Da hinten ist... Sauerstoff, ja. Genau, das ist auch gerade mein... ...meine Idee gewesen. So. So. Wollen wir die Knubbel entschärfen? Ich hoffe nur, dass das keine schlechte Idee war. Ich würde sie viel Geräusche machen, wenn sie entwurzelt werden, ne? Solche Dinger. Malachit. Das ist Kupfer. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Da ist noch was drin. So. Irgendwas übersehen. Nicht wirklich. Guck mal ganz kurz hier hinten. Was ist das nochmal? Ach, das ist wieder die Energie wahrscheinlich, oder? Ja, Energie. Komm, ist er voll? Ammonium. Hm. Nee. Hinten haben wir schon gewühtet. Das waren diese Bällchen da, die uns gerade gekillt haben. Gut. Dann laufen wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Und... Hier geht's hoch. Sehr schön. Laufen zurück zur Basis. Und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wir haben ein bisschen was erforscht. Die Kleinigkeiten haben wir gefunden. Ein bisschen Kupfer müssten wir hier haben. Das gelbliche ist ja eher Kupfer. Das sternförmige. Und wir haben jede Menge Antrieb. Wir müssen aber unbedingt noch weitere Forschungskapseln finden. Beziehungsweise diese Gefäße, wo sich dann irgendwie Sachen befinden, die man erforschen kann. Rauschsingung. Kein Sturm, oder? Ich sehe zumindest keinen. Damit wir da auf jeden Fall was einlagern können und, 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 und. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, einen Wagen könnte ich schon mal basteln. Braucht mal eine ganze Menge Gemisch. Schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen was auf Tasche. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. Ich werde mal zum Ende der Folge in die Kapsel gehen. Damit wir nämlich das Spiel abspeichern können. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen, damit ich eure Kommentare durchlesen kann. Was ihr so recht noch für Ideen habt und so weiter. Einiges hat es ja während den Aufnahmen schon geklärt. Das waren jetzt vier oder fünf Folgen. Erst schon hier am Stück. Und ich werde es aber ein bisschen strecken. Ich werde mich da nicht mehr hetzen. Und das kommt jetzt anstelle von Ostdrift. Für die, die jetzt auf Ostdrift warten, habe ich nicht frühzeitig gesagt. So, da kommt schon der Sturm. Ich bleibe hier sicher sitzen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.